Willst du uns sagen, was Business at School ist? Business at School ist für mich viel mehr als nur betriebswirtschaftliche Grundlagen zu erlernen, sondern da steckt auch ganz viel Soziales dahinter. Es ist viel Erfahrung, viel gelernt. Für uns ist es halt ein Projekt, wo wir unser eigenes Produkt entwickelt haben. Und ja, es war schon eine Herausforderung eigentlich. Sich mit anderen Leuten auszutauschen und eben Informationen nicht aus Büchern zu bekommen, sondern die sich selber zu besorgen. Auf jeden Fall eine sehr große Erfahrung. Es ist einfach irrsinnig hilfreich, aber wirklich interessant gewesen. Zu DC, damit der Sonnenschutz mitdenkt. Ich darf euch alle, sie alle ganz herzlich in München begrüßen zum 14. Finale. Unser Produkt hat auch andere Vorteile. Es ist zwar geringfügig höher in den Kosten, trotzdem als Massenware geeignet. In der dritten Phase 2017 schließlich werden wir zu B2B auch noch B2C bekommen. In der Gewinn- und Verlustrechnung ist deutlich ersichtlich, dass der Umsatz nahezu konstant wächst. Dies ist das Schaufenster für Sie. Hier können Sie nun zum Beispiel eine Liebesbotschaft überbringen. Aber Regen belebt das Geschäft. Im Realistik und Best Case gehen wir von den in Deutschland üblichen Regenverhältnissen aus. Das ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie Sie neben dem wirtschaftlichen Basiswissen, was Sie sich erarbeiten, als Persönlichkeit entwickeln bis hier zum Bundesfinale. Dieses Schaffen mit schwierigen Situationen, mit Stresssituationen danach umzugehen, das ist wirklich beachtlich im Alter von 16 Jahren. Ich finde es sehr spannend, die Schüler von Anfang an bei einem sehr spannenden Projekt zu begleiten. Und es finde ich einfach toll, wenn aus einer Idee wirklich eine Geschäftsidee entsteht, die auch umgesetzt wird. Es gewinnt, so der Sie. Herzlichen Glückwunsch! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020